Mal bitte vortreten einen Schritt gegen Reti Armius. Der Secutor ist gut gepanzert, dreht einen großen Ibiolesschild, Scooter. Das Besondere an ihm ist sein Helm. Er kann schlecht sehen und schlecht atmen. Damit er es etwas schwerer hat, sind wir den fast völlig ungepanzerten Reti Arius, der eher aus der Hochseefischerei kommt. Er kämpft mit dem Netz Rete, deshalb Reti Arius, mit dem Dreizack Tridens, mit dem Deutsch Pugio. Er ist lediglich gepanzert durch die Marika Lix und den Schild Galleus. Er ging nur um, was den Rennenschutz zählt, tragen alle Gladiatoren. Auf zum ersten Kampf. Schau mal, jetzt geht es nicht. Und alle Gäste nicht vergessen. Warum nicht? Die Rennenschutz ist nicht drin, Das war eigentlich der Rennenschutz. Eine Rennenschutz wird nicht unbedingt. Es ist nicht mit der Rennenschutz-Förerung. Geht der Kampf weiter oder geht der Eternis gut? Also geht weiter. Die Besonnen ist, Papa und Kämpfer kämpfen weiter. Eigentlich mehr Treffer, er wird nicht mehr kampflich, aber noch ein bisschen Zeit haben, lassen wir weiter kämpfen. Pugnate! Pugnate! Zischen! Ja, das ist auch noch ein bisschen zu sehen! Ja, schön! Das ist gut. Das ist gut! Das ist gut! Kuhnale! 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 Noch gibt keiner auf. Es scheint noch Spaß zu haben. Kuhnale! 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 Kuhnale!